Herzlich Willkommen zurück zu Planety TV, diesmal mit den Sportnews aus aller Welt wie immer, heute mit dem Trainerkarussell. Fangen wir an mit Jürgen Klopp, der zum Saisonende den BVB verlassen wird, schweren Härtens. Ein Nachfolger hat die Borussia schon gefunden, dieser kommt ebenfalls, wie Jürgen Klopp, aus Mainz und zwar Thomas Tuchel. Wir alle wünschen ihm alles Gute bei der Borussia und viel, viel Erfolg bei seinem neuen Arbeitgeber. Kommen wir nun zu Hannover 96 und zur Trennung von Taifun Korkut. Obwohl ihm noch das Vertrauen geschenkt wurde und ihm versichert wurde, dass er bis zum Saisonende Trainer bleiben wird, wurde er dennoch entlassen. Da kann man nur sagen, Worte zählen leider nichts mehr in diesem Geschäft. Ein Nachfolger bzw. Feuerwehrmann für den letzten Spieltag ist auch schon gefunden, und zwar der Mann an der rechten Seite, Michael Fronzek. Ob er das Ruder nochmal rumreißen kann, bleibt fraglich, aber wir lassen uns gerne überraschen. Das war's schon mit dem Trainerkarussel für diese Woche. Mal sehen, was uns noch erwarten wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.